okay so auf geht's so schnell wollte ich jetzt tatsächlich nicht nur ist ja gut ich laufe ja schon hinten lang alles okay what is this they're all empty monika there's nothing in here they're all empty son of a report same over here we got cradles but nothing in them monika did we did we just fall for a trap they've got us surrounded kevesi troops well doesn't it suck to be you every little step you made turned out exactly as planned now us we're an elite unit the all stars of kevesi you lot have been doing as you please for long enough right here right now we're gonna correct that little mistake god oh so you've actually heard of me guess i gotta give myself more credit than i thought leila and who sparks they look like they're in their early terms that means they got reborn that adds up this lot soon after they moved to colony eight i hear they croaked don't dare look down on us second termers we were chosen we are the elite now i don't know if you're lost numbers or what but you're in our way and for that your heads are gonna roll alles klar ich konzentrile mich mal auf ihn weil vielleicht ist der kampf dann ja schon vorbei vielleicht aber auch nicht ich muss alle besiegen naja ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm ich bin der, 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 der will ich bin der, der du willst danke immer noch am abkühlen hier ich würde mir gerne den oroborus wieder rufen dass wir mal ein paar schöne flächen attacken haben weil hier jeden einzelnen angreifen das nervt schon irgendwie ein bisschen war sehr schön obwohl der flächenangriff macht aber auch nicht zu viel schaden das ist als schade ich wollte die kettner attacken ausführen so just finish them off already i need that sweet sweet life finish them off hurry run them through go on kill them dead that'll give me a good top up nice and easy gotta love this new flame clock the console was kind enough to give us it's a belter it's a different color yeah that is no ordinary flame clock back in my old colony if some moron slowed you down there was nothing you could do oh you could kill them sure but you wouldn't get any life from it but around here that's all changed here life is the privilege of the strong the final survivor gets to take the whole snuffing cake garville you get it now do you the weaklings need to be taken out of the running so give me some of that sweet life you mother you can call yourself a lethal you want but do moderate your expectations you're the same as ever garv only ever thinking of yourself are you going against us like that the snuff is this no one told us about these monsters you are not to hesitate oh no i should have known Ich glaube, du kannst einen Pharaonis ohne einen Konsul haben. Meine Ouroboros ist gut. Ich kann nicht glauben, meine Glück. Ich glaube, ich sollte noch besser vorbereiten. Eine Frau? Du möchtest meine Kinder? Sie sind eine Speziale Antis-Cities. Eine, die ich selbst selbst ausgerichtet habe. Ich habe mich selbst ausgeliefert und selbst ausgeliefert. Es hat sich zurückgekehrt, um sich zu trainieren. Sie werden viel, viel mehr Leben für mich, bevor sie fertig sind. Ich liebte Investoren zu verabschieden. Also, du siehst? Ich werde dich selbst ausgeliefert, um mich zu schützen. Ich weiß gar nicht, warum Lance jetzt so überrascht war, dass das eine Frau ist. Das ist doch nicht die erste, die wir hatten. Wir hatten doch schon mehrere. Spy oder so. Aber vielleicht ist es ja so gewollt, dass man in der Story später erst auf die trifft, wenn ich schon ein bisschen zu zeitig war. Dass er deshalb so überrascht war. Keine Ahnung. Aber die Mitstreitermissionen kriegt man ja erst ab einem gewissen Punkt eigentlich. Also schon ein bisschen komisch. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt stirbt. Weil einige der Konsoles, die wir bekämpft haben, war ja... waren der Kämpfer, wo die dann danach nicht gestorben sind, sondern wieder abgehauen sind. Wie vorhin zum Beispiel. So, wir hauen mal die erste Angriffskette raus. Machen wir mal etwas Schaden. So, jetzt muss ich nur gucken, ob ich ihn noch irgendwie in die Ohnmacht kriege. Ja. Sehr schön. So, ich glaube, ich glaube, alle waren nur die Ecke, aber ich würde mal auf ein bisschen Dass ich jetzt nicht'de, keine, die dann zur Zeit. Ich würde mich nur abschliven lassen. Aber immer noch ein paar Jahre nach vorne. Ich würde mich nicht zuerst tun, ich würde einfach einen Ticket machen. Nur jeden. Ich würde mich nur leicht davon aus. So, ich würde mich so beim Ticket in Ni-Jun-Jun-Jun-Jun und-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun-Jun. Wo ist das? Es ist jetzt nicht so beim Ticket in jeder Zeit. Ich benutze meine Gedanken für diese Gedanken. Geht die Willi-Leetis zurück! So, es ist ja schön. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Fehler ist, wenn ich sie nehme, deshalb nehme ich mal vorsichtshalber Noah, weil wenn ich jetzt knapp über 100% geschrampt wäre, wäre das nicht schön gewesen. Oof, das war ich. Ich habe dich in meine Seite. Ich hoffe, du bist bereit für uns. Du bist so schön. Stay right there. Ich habe eine Überraschung für dich. Naja, ging. Ging. Wäre vielleicht besser gegangen. Ich wollte gerade sagen, wo will sie denn hin? Die faxen Dicke, ich gehe einfach. Ach, okay. Ach, okay. Ach, okay. So, mal gucken, wenn ich noch eine schöne Kettenattacke hinkriege, dann sieht es für uns glaube ich ganz gut aus. Zack. Genau, hier wird nicht abgehauen. Oh, no escape. Oh, das sieht von meiner zweiten Kettenattacke ganz gut aus. Und dann machen wir bestimmt die Flammburg kaputt. Die Spezialflammburg, was auch immer, die bewirkt. Ja, ich wollte gerade synchronisieren, ne? Toll. Komm schon, befreie dich. 사용 euch kommt zusammen. Dann machen die Flammengarde. Die Flamme. 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 Es ist für einen Sinn. Die Flamme. Das ist wie ein W Rider. So, ich denke das sollten wir jetzt mit ner Kettenattacke schaffen, bevor mir Tyon wieder verreckt, ne? Ach Juni, jetzt ist Juni tot, alter! Warum kann die KI nicht einfach mal am Leben bleiben? Sind die dumm oder was? Meine Güte, jedes Mal freckt irgend so ein Idiot. Kurz vorm Ende des Kampfes, meine Güte. Meistens ist es einer von den Heilern, ne? Die halten nix aushalten, null! Ich benutze meine Gedanken Muskeln für dieses Mal. Ich mache es schnell! Ich bin der erste Kuss. Das wird enden. Again! Ich habe eine Idee in mind. Ich habe eine... All right! I'll leave! I'm clapping beyond! So. Gerade zu 140 now. Was ist das? Niemand hat mir gesagt, dass die Oral-Morris-Belden so schrecklich sind! Warum hat niemand gesagt? Oh, oh, oh. Es sieht aus, dass dein Geist überwacht hat. Noah! Cut die Flamme-Clock! Wir müssen den Garth und die anderen! Das ist einfach nicht weit! Was hat gerade passiert? Die Konsul, sie... Sie hat einfach verabschiedet. Frau Konsul? Frau Konsul? Was... Was soll ich... Das ist einfach... Das ist einfach... Das ist einfach. Das ist einfach. Ich bin jetzt... Oh! Keine mehr Verlangen von Leben. Keine mehr Verlangen von Konsulern. Was? Was bist du da? Get's snuffed! Du bist mit deinem Arsch. Du musst nicht kämpfen! Kämpfen ist alles, was wir wissen. Wenn wir das nicht haben, dann was das snuff machen wir? Sag mir! Was machen wir jetzt? Hey! Need some help? Huh? Ah, yeah. Nah. Been through worse. Man, you guys. Stunning. You're so far beyond us. Ah, das ist nicht ein Problem. Wenn du ein von uns warst, dann auch du. Ich glaube, dass sie gut sind. Ich glaube, dass sie gut sind, diese Leute. Was macht dich, Lance? Na gut, ich glaube, dass wir sie ein wenigstens. Sag mir! Was werden wir jetzt machen? Wie würde ich wissen? Was? Du hast verletzt, die Leben verletzt. Du hast sie. Es ist einfach. Aber das Wie ist für dich. Entschuldigung? Spark? Du kannst nicht das mit uns machen. Kolonier 4. Kennst du das? Ja. Ich habe es gehört. Auf der Seite, der Mitte der Fornas region. Der Lieferant da, Bolliaris. Du kannst ihnen sagen, dass wir uns senden. Versuch ihn. Es hilft, dass wir einen Mentor haben, begrennt. Du hast ihm die Info. Jetzt haben sie eine Wahl. Einige können es schwer nehmen, doch. Außerdem, als wir durch die Flamme-Clocken haben, war es um die Stadt zu beschützen. Es gab nichts anderes, was wir tun können. Wenn wir noch mehr medlemmten, haben wir noch mehr gemacht. Wir haben das Richtige gemacht. Ich glaube, das war der beste Ausstellung. Alles, was sie glaubten, kam auf die Flamme-Clocken. Sie werden es ein paar Zeit verraten, sicher. Aber sie werden es herausfinden. Just das gleiche, wie ihr euch gemacht habt. Wir könnten uns ausbrechen. Wenn wir uns nicht treffen, wie wir in der Valle haben, wären wir nur so confused wie die Leute. Glück war auf unserer Seite. Speaking of, war es dann, war es Lance, der uns der größte Verlusten war? Nein, nein, nein. Our big man war nur ein bisschen schade für sich in fronten von neuen Leuten. Right? Ah, shut up. Oh, yeah, he was. I did kind of get the impression that he was embarrassed to speak up. Right? Eh? Oh, he's just a big teddy bear, really. Okay. Here, Lance. Same dish as mine. Double Arden meat. Deluxe. Ah. Thanks a bunch. Ah, Alessi. No tallspice here, but double veggies. Arden sausage, huh? That sounds good. But then, there's the tallspice sauce as well. Mmm. Fluff cream and skeeter syrup dressing. What delights. Oh. There's even chocolate sauce. How can I possibly choose? Still hard to believe, huh? Eating what we want. Huh? But is it enough? I want more. Dude, that's already pretty hefty. You really gonna eat another? Oh, hey. Whoa. He's pretty decent. Or have I got it backwards? Huh? Maybe... It has to start with me. So, haben wir Lance jetzt abgeschlossen? Ja. Okay. Okay. Sehr, sehr schön. Keine Belohnung. Ja. Toll. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zurück. Okay. Okay, gut. Toll. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zurück. zum Lager. Wo haben wir es denn? Ah, ich bin gar nicht so weit weg, ne? Ach ne, das ist die Kantine. Da ist das City Lager. So. Gut, da fehlt noch ein bisschen was, kann ich leider noch keine Stufe aufsteigen. Aber egal. Aber egal. Wir speichern hier und dann soll es das für heute auch erstmal gewesen sein. Die beiden Helden Missionen haben wir tatsächlich nicht mehr geschafft. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Missionen hier so lang ausfallen. Aber okay. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Lasst mir gerne auch ein Abo auf YouTube da, auch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch gerne bei meinen Partnerkanälen vorbei. Die findet ihr bei Twitch unten in den Panels. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Bis zum nächsten Mal.